Ein Karashi Chagoi, bei dem ich Ihnen versprechen kann, wenn Sie Full Attack fahren in den nächsten Jahren, in dem ein ausreichend langes Wachstumsfenster bei optimalen Bedingungen jedes Jahr bieten, dann können Sie den auf über einen Meter wachsen lassen. Die Körperstruktur dazu hat er, er hat zudem eine sehr schöne Haut, eine sehr schöne Beschuppenbogen, tolle Schuppenreihe, da dürfen Sie sich sicher sein, das wird in einigen Jahren der größte Koi in Ihrem Teich sein, ohne dass ich jetzt weiß, was Sie alles in Ihrem Teich haben, aber das ist schon sehr außergewöhnlich.